Wenn man uns von Vincorion fragt, was wir hier genau machen, wäre eine mögliche Antwort? Wir entwickeln Generatoren und Energiesysteme, die im Feldlager, bei der Luftverteidigung oder im Panzer zuverlässig Energie liefern. Stabilisierungen für Waffensysteme oder Rettungswinden, auf die sich Helikopter-Crews auch bei schwerstem Wetter verlassen. Das ist richtig, aber längst nicht alles, was uns als Unternehmen wirklich ausmacht. Es sind die Menschen, die bei uns arbeiten. Menschen, denen die Sicherheit anderer am Herzen liegt und die von diesem Ziel angetrieben das Beste aus sich herausholen. Gemeinsam. Gemeinsam wachsen ist unser Weg. Die Sicherheit der Zukunft. Unser Ziel. So sind wir und so arbeiten wir. Wir sind Vincorion. Jeder und jede Einzelne leistet bei uns einen wertvollen Beitrag für die Sicherheit der Gesellschaft. Und ist damit nicht nur ein Gewinn für uns, sondern für alle. Also ein echter Win-Win. Und dieser Win-Win steckt nicht nur in uns allen bei Vincorion, sondern sogar in unserem Namen. Der doppelte Win symbolisiert, was uns als Arbeitgeber ausmacht. Vincorion ist persönlicher Win und gesellschaftlicher Win in einem. Bei uns kannst du einerseits deine individuellen Fähigkeiten einbringen, ausbauen und gemeinsam mit uns wachsen. Andererseits macht deine Arbeit das Leben vieler Menschen sicherer und ist so ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft. Bleibt für uns nur noch eine Frage offen. Wann können wir dich für uns gewinnen?